Oh, ihr seid die großen Bezwinger. Gut, ich habe da etwas Ernstes mit euch zu besprechen. Es scheint als ein D-Lurker auf der Nebelinsel enorm aktiv. Von meinem Beobachtungsturm aus kann ich erkennen, wie sie die Precursor-Eco-Station bombardieren. Falls sie sie öffnen und das dunkle Echo freisetzen, werden wir am Ende noch so herumlaufen wie diese hässliche kleine Flohquaste hier. Jack, wir müssen deine Tauglichkeit prüfen. Bring den Fischer dazu, dir sein Boot zu leihen und fahr zur Nebelinsel. Du musst auf die Spitze der Precursor-Eco-Station und die vermalte Deite-Kanone außer Gefecht setzen. Und was? Ist man mir? Du? Du kannst meine Fußböden wischen. In letzter Zeit glänzen sie nicht mehr so schön.